Wir kommen zum U-Hu-Vergleich. Wenn jetzt der Eintracht-Gong ertönt, ist es 10 Minuten vor Beginn. Und damit kommen wir zur Mannschaftsaufstellung unserer Braunschweiger. Wir kommen zum U-Hu-Vergleich. Mit der neunzehnten Begegnung, Ken, Eichel, die 21 trägt Patrick, Schöpfel. Mit der Nummer 22 startet Sally, die 23 hat Arnel, und mit der 25 unser Kapitän, Marcel. Als Auswechslungspieler bei der Eintracht stehen wir ein. Mit der Nummer 4, Josef. Mit der Nummer 9, Julius. Mit der Nummer 10, Mirko. Mit der Nummer 15, Christopher. Die 24 hat Maxi, Mirko. Und die 27 trägt Nico. Die Nummer 1 ist Marcel. Unser Co-Trainer heißt Darius. Und unser Trainer, das ist Torsten. Und unser Trainer, das ist Torsten. Tetschen todos. Die Nummer 1 ist möglich. Ladies and Gentlemen, it's a show. It's about to begin again. Just a moment. Das hat es dir. Alli, die Hubel. Alli, die Hubel. Das handmade. Alli, die Hubel. Heiter! 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 Applaus 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 Und wir haben einen neuen Spieltag! 3, 2, 1! Blüten! 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 Genauso! ibilizaut Der 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 Das war's für heute. Heitracht! 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 Auf Wiedersehen! Heitracht! 36. Spielbrücke! Tor für die Braunschweiger! Torschützer der Spieler mit der Nummer 23, Rudel! Und wir haben einen neuen Spielstand. Heitracht! 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 Er Som Lappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappelappel Ich würde sagen, er ist so froh, um den Weg zu stellen. Ich würde sagen, er ist so froh, um den Weg zu stellen, er ist so froh, um den Weg zu stellen. Ich würde sagen, er ist so froh, um den Weg zu stellen. Ich würde sagen, er ist so froh, um den Weg zu stellen. Ich würde sagen, er ist so froh, um den Weg zu stellen. Ich würde sagen, er ist so froh, um den Weg zu stellen. Er ist so froh, um den Weg zu stellen. Er ist so froh, um den Weg zu stellen. Er ist so froh, um den Weg zu stellen. Er ist so froh, um den Weg zu stellen.